einen wunderschönen guten abend herzlich willkommen zu einer neuen folge von mcl bd oder ausgesprochen minecraft let's play build and destroy damit heute ist echt nicht mal so ich habe neues masterprojekt angefangen hier schon mal ihr habt noch keine ahnung was es wird erst mal schön die mitte und zeichnen dass man da nichts verkehrt mache ich hätte doch eine ebene kürzen sollen ich weiß noch nicht ich muss erst mal eins zentrieren ja gut dann kann man nicht ein bisschen höher also muss ich das machen jetzt habe ich es verstanden jetzt jetzt der maß bei mir langsam wie das hingeht halt ja falls ihr euch wundert warum ich das so komisch und ich war jetzt das erste video seit monaten ich bedanke mich auch bei allen die mit tipps gegeben wie ich weiter verkehren soll mit diesem komischen format was ich hier komischerweise macht ja erst mal wieder zurück und darunter runter ja deswegen ja schon besser jetzt kommt es nicht auch besser in fahrt also ich das war mal wenn ich das hier weg macht das hier weg macht das hier weg macht und das hier weg macht sieht es ein bisserl dämlich aus ja gut ja gut wird es halt ein bisschen eckiger jetzt halt merken ja ich bin mal ganz ehrlich was ich gerade zurzeit heute schon wieder in youtube gefunden habe das hat mich auch schon wieder schockiert das youtube schon anfängt von einem youtuber jetzt schon videos zu sperren nur weil er politischen ja wegen politischer meinung und so diesen neuen agw nicht kompletter humbug ich hoffe ihr findet es genauso und ihr kommt jetzt meine gedanken damit letztes letzte shit burning down we burn it down nachkommen wo das verdammt aber schnell kurz nachkommen lassen wir stehen aber wir haben doch noch verkehren gehabt habe ich mir jetzt eins der zeichenwinkel verkehren und schnitt bin ich zu blöd zum bauen falls ihr euch zu blöd bin zum bauen das auch in die kommentare ein tippen er da ist eins der zeichen wie gekracht es sieht ja um ende mal moment stimmt ja es ist schon spät so ich glaube ich mache heute auch noch was anderes für euch das hatte ich ja mich auch überlegt dass ich pro woche das bescheuertste lied irgendwo hin markier was ich mir auf youtube gefunden habe oder was auf youtube ist und dazu nehmen wir als erstes uns eine platte vor ach so dass du spät dass wir schon die vier unterwegs sind so dann fangen wir mich jetzt erst mal schön mit dem plateau an natürlich könnt ihr auch dann sobald ich hier fertig bin könnt ihr auch natürlich in den videos wenn es oben ist sofort vorschläge machen welches lied ich noch nominieren soll zum wie soll ich sagen zum bullshit lied du lässt auch gut so richtig abfockeln bringt mir vor sich wenn man schon jetzt zu schauen gehen so natürlich muss jetzt erstmal das plateau fertig werden zum beschriften wenn ich jetzt nicht zu blöd bin zum arbeiten wir es auch mal schön nach es ist schon spät top ausrede ist es steht in der nacht ja er könnte euch eigentlich denken oder natürlich könnt ihr auch eure meinung zu dem lied natürlich in die youtube kommentare schicken schicken schreiben ach man schon so lange nichts mehr gemacht da vergeht einem wirklich der kopf sollte sich dann mal was tun und ich dass sie dann nicht mehr geschaut findet was ich natürlich nicht denkt dass es jemals in diesem netten verrückten komischen leben sein wird dann werde ich euch natürlich informieren so und das plateau müsste dann nach so fangen wir mal von oben an gehen wir doch ja du mich nicht nerven so fangen wir hier an gehen wir hier rüber ja halt so tschüss ja gehen wir aus dem weg muss dahin ach die sonne geht auf wir fackelt jetzt alles ab na gut nee die idee ist bescheuert mit dem fackel jetzt hätte ich mir ein bisschen anders durch den kopf gehen lassen sollten dann gehen wir doch mal hier rüber irgendwo ist doch genügend platz ja fangen wir doch die jahre hier ist genügend platz darüber die sind weiter runter fangen wir hier an mit dem bau also das b haben wir schon mal fertig signal nummer 1 es ist ein b dann kommen wir hier hin ein bisschen zurück ich habe die steuerung nicht mehr im kopf ja okay wir brauchen doch so die höhen und sücht bis hier naja hier ich hoffe ich schreibe das jetzt richtig weil ich hoffe ich schreibe das jetzt richtig nicht dass man da jetzt einen großen schreibfehler machen und dann wird kommt ein shitstorm okay gut da hatte ich doch die richtige schreibweise so so dann wollen wir mal hier rüber ja ein bisschen noch einmal schön drehen das müssen wir doch ein bisschen höher machen so 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 wenn wir mal hier hin eigentlich ist nicht meine art aber wir können sich denken wenn wir schon größer machen muss wie noch was dann sage ich mal so viel dann hat sie das lied wirklich ich gebe meine top ten geschafft so okay dann und zu guter letzt natürlich das größte von allen so und das ist das lied nummer eins was mir eigentlich auf den sack geht vor allem wenn die künstlerin ja nicht mal wirklich singen kann und die worte ja wollen wir mal komisch nennen gut damit würde ich schon mal sagen das war die break das waren schon mal auch ein brief segment für neue ideen ich hoffe es euch gefällt die idee so haben wir noch einen zweiten plan muss noch nachlesen jawohl wir haben sogar noch ein so so wir gehen dazu mal woanders dazu nehmen wir fahren wir jetzt wieder mit dem spon 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 na und ein schwamm kampf so nicht habe ich vollständig wohern die noch mal nachher jetzt bild es hätte ich ihn hier eingebaut ach es waren pfeil wenn man jetzt in keine ahnung mehr hat wofür der pfeil war wenn schwemme nichts mehr bringen dann hat man klitten so nach egal das mit dem was so mit dem schwamm so dann gehen wir doch noch mal hier rüber machen wir noch meine rubrik der machen wir aber eine andere frage war dann nehmen wir doch dafür also die bescheuerten lieder machen wir in rot dann in roms steilte tv serien wir nutzen für alles meine farbe also ihr sollt mir mal vorschlagen nachnehmen nach einem toll musik stück ich höre es mir an wenn es mir gefällt kommt sie ja in dieser netten moment nehmen wir doch magenta farbe kommt es rein habt ihr horror filme richtig krasse kommt die mit der arten grauen farbe rein da will ich von euch einiges hören also ich schreibe da noch mal in die beschreibung welcher blog für welche farbe steht ich mal so ein beispiel schön und danach sage ich auch bis zum nächsten mal so dazu gehen wir aber mal woanders dahin da haben wir schon die verrückten musik stückeck da haben wir auch schon einiges gehen wir hier rüber aber die wiese sie doch nett aus landen wir doch auf dieser wiese hier und fangen hier an so war jetzt auch der plan von mir jetzt mal natürlich eine meiner lieblingsserien ich weiß nicht ob er die serie auffeiert wie ich aber schade dass es die nicht mehr gibt wurde vor vielen jahren eingestellt leider dies zu sagen pflege auch dass die höhe reicht müssen aus testen ne reicht von der breite her nicht nicht ist nicht so wie ich es gewollt habe weg im moment müssen kurzen abstand abchecken da da denke ich mal das geht auf meine kappe der fehler jetzt den ich da fabriziert habe den fehler den ich dann fabriziert habe bitte nicht böse nehmen wie gesagt wenn man irgendwann nach rauskommt aus der ganzen sache dann lassen wir mal nicht mehr weiter ich schaffe den buchstaben noch hinzukriegen bin ich auch mal froh oder müssen den einfach länger machen ja das ist kompliziert also es eher zu machen ist für mich noch immer ziemlich kompliziert in dieser schreibweise aber gut wir kriegen das hin dann gehen wir mal hier runter machen wir unten weiter ein bisschen runter erstmal noch gleich dann erstmal nochmal so fangen wir an das ist die beste art serie die ich je gesehen habe dass ich das jetzt so hingebaut habe weil es nicht die top idee von mir das macht schickt die weg noch mal muss man das hier ansetzen die schrift halt so was mache ich denn da gerade hier rüber so ich hoffe den dritten buchstaben erkennt man wenn ich schau mal bitte so das haben wir werden die serie so und jetzt kommen wir noch zu einer band wo machen wir die region woanders hin aber erst nach den 8 uhr als wir gehen wieder ins lila land und wo sind wir gekommen der moment wenn du gar kein plan mehr hast ist natürlich noch war jetzt die buchstaben ich erfahre wie hier ist noch keine ahnung wenn man sich aufregt einfach nicht aufregen sondern einfach nur ein shit tnt zünden damit irgendwann muss man sich ja auch mal ach da war das komische gerät so einfach mal kurz ab reagieren auch auch da auch da so jetzt können wir mal in ruhe suchen auch hier waren die kursche haben okay dann würde ich sagen jetzt der richtung sind wir gekommen oder nicht mehr von hier sind wir nicht gekommen ist doch jedes mal dasselbe sie ist mal dasselbe moment wenn ihr wasser fließt dann findet man es vielleicht noch was vielleicht irgendwann noch aus wo man gekommen sind jetzt echt peinlich und da ist ein wenig von der richtung sind es nicht gekommen auch herr gehen wir erstmal dazu den tieren vielleicht haben wir hier eine chance herauszubekommen von welchem hölleneck wir gekommen sind hier findet man es auch nicht raus garantiert nicht da muss man ganz nach oben gehen müssen jedoch irgendwo die kursstaben gewesen sein ok jetzt haben wir uns komplett verlaufen herzlichen glück und wir können einfach gar nichts dann finde ich irgendwann mal wieder raus wo man von wo man gekommen sind ach jetzt schon da haben wir angefangen zu schreiben gut das heißt wir probieren mal diese richtung aus wir machen jetzt einfach willkürlich fahren in der hoffnung dass wir irgendwo ankommt ok ok dann müssen wir das hier die richtung markieren mit dem orangenen pfeil erkennt ja die pfeile inzwischen gut genug aus meinen videos dass ich irgendwie auch markieren muss von wo wir bekommen wo unsere abteilung ist so in die richtung müssen wir also irgendwie perfekt alles gut da drüben haben wir die rote ecke so damit beende ich mal den podcast heute was auch immer oder was anderes auch immer so beenden wir das am besten natürlich bei uns zum wahrzeichen dem tower of whatever ja dem tower of whatever äh ich stehe hier irgendwo rum doch ein ne äh 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 und so verabschieden wir uns im endeffekt mal so einfach mal reingehen und ich würde sagen auf wiedersehen ich hoffe euch hat das video gefallen wenn nicht gibt einen daumen runter wenn ja gibt einen daumen hoch und falls ihr abonnieren wollt haut drauf das war's von mir bis zum nächsten mal euer bone master und bleibt immer schön und saft eure bones saft eure bones saft eure bones saft einfach eure knochen or take it a bone auf Wiedersehen und natürlich auch nach Vielen Dank.